Ich auch nicht Go go Mastering Hit Ich mach mal Eule noch einen Mark Funwheel Das ist echt scheiße Sorry, das ist Eule Blanken Autos Von Grün-Lila Und die laufen einfach nach hinten Reicht schon, ja Er hat escaped In die Mitte wieder Neuer Boss kommt Der TP ist dann sehr gut Ja, Blanken Autos in Sieb Einfach durchlaufen, wenn er wolle immer Okay, oder die anderen, die Midis Blanken Autos Von Rot Von Blau Neuer Dann Leicht Blau Und Blau Wir müssen noch ein Stück Ja, nuke den Boss Mit was Schild kommt, go go Hallo, DPS sind pervers, gut Verteilen Verteilt euch, ranged Außenrum Volley in 5 Ah, fast Fast geschafft Und ich geh mit drauf Naja Fast gescheitert ist auch gescheitern Ne, der war echt fast draußen Ja, ich hab's gesehen Ja Wart halt nicht drauf Ja Ist halt kein Mage Erst Ist dann Ist dann Ist dann drauf Das hat geklappt Noch 3 2 Neu ist dann Ausweich, ne Der Flankenhund Heck gesprungen, der Typ Verteilt euch Verteilt euch Geh mit drauf Aha Stop cooldown Lol Block, ok Stun in 3 Ich mach den ersten Ich kann nicht Ich mach, ich mach Stun in 3 Ich kann nicht Ich sag, dass man Stun Ja Ist es drauf Noch 4 Noch 3 1 Nächster Ok, passt Alter Ne, hat nicht gepasst Neuer Boss kommt Hat nicht gepasst Ja, ich hab keinen Dieb auf Cabas gemacht Das ist halt Fail einfach Ja Achso Passt Ist Fail Passt Mit den ersten Mit den letzten auch noch Oh, healt nicht, healt nicht Ah, ich hab nichts Wann du ihn? Ah, der ist eh mal schlecht Blanking Order auf Oh, Order ist gesauft Stun Ich hab Drei Nach 3 Nach 1, der Nächste Ich stun Läuft 2, 1 Turgen 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 das bitte durch, der ist gleich da und der andere Da unten Ich kick den Nächsten Ich mach danach Akkus Ich kick Ich kick den Nächsten Oder mach du es, sorry No Kickt einer Weil ich den Lighting Bolt abbrechen musste Oh, Mann Dicke Ohne Scheiß jetzt Shadow Ja, ja, Shadow, Mann Schild kommt gleich Nächsten kann ich Oh Gott Schild in 3, 2 Alle escape Also wenn das nicht durch ist Weg Wir haben locker Zeit Einer Kickste Zeit Ich mach den Nächsten Okay, ich geh schon mal auf Garan Kickt Schild Kann den danach Oder Ich ihn das erzählen da hinten Party Ja Noch ein Stück Runde Oh Ich geh ein Stück in die Mitte Kommt die QB Die Nächsten kann ich wieder Die Nächsten kann ich wieder Up Neuer Boss Neuer Boss Achtung Cutlass, 3 2 Escape Kicken Alter Atlas kommt 3 2 1 Go Kick 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 Kicken Nicht vergessen Nächsten muss einer kick Ich hab zwei Ich kick den Nächsten Es passt bei mir Sehr gut Auf nuke den weg Kick Ich hab noch sieben Okay, passt So High High Tank Zusammen Kommt Kommt zusammen Und jetzt kicken Durchkicken Wenn er dann passt Ich mach den Nächsten Da ist es Bleib zusammen Bleib zusammen Dort kommt Und durchkicken Blanking Horrors Hört auf Und es ist Magier Kicken Kick Ich hab Alter Ich sag ich mach den Nächsten Kein Kick Kein Kick mehr Und kein Damage mehr Damage stop Hä? Die Kette mal bitte nach außen Mach das Red weg Und heile Gruppe hoch Kein Damage auf den Boss Mach danach heal zu dir Und Damage score Kicken Kick Ich hab Alter Kann den Nächsten Perche ich hab halo dann ja kommt zusammen pass auf wir haben 60 prozent aber keine magie reflekt passt wir können bomben holt dex ok sehr gut damage geht hoch kleine kicks mehr jetzt wieder kicken spare flag kommt gleich wieder zusammen wir haben jetzt bei reflektors bei reflektor bleibt du aus mit hängen der rest in die mitte das ist jetzt ich oder der nach nachher den jungen durch was schon aber nur mal so in der theorie agi amo tschö tschö haupt seine umschlagen das war doch eh mel